Also was ich zu sagen habe, das ist eine Erinnerung und zwar vor 13 Tagen wurde die Lehramtsstudentin Tutsche in einer McDonalds-Filiale in Offenbach ins Koma geprügelt. Bei einem Konflikt zwischen jungen Männern und zwei Mädchen versuchte sie zu schlichten. Mutig griff sie ein, zeigte Zivilcourage, doch die wurde ihr zum Verhängnis. Einer der Männer fing sie ab und schlug sie so heftig, dass sie zu Boden fiel. Bei dem Aufprall verletzte sie ihren Kopf. Tutsche war hirntot. Vor drei Tagen ließen dann die Eltern die Beatmungsmaschinen abschalten, genau an ihrem 23. Geburtstag. Doch auch aus dem Tod heraus rettet Tutsche noch Leben, denn sie spendete mehrere ihrer Organe. Und für Tutsche habe ich was Kleines geschrieben zum Andenken. Die wohl höchste Leistung im Leben des Menschen ist der Märtyrer-Tod, um anderen zu helfen, aus tiefster Bedrängnis sich zu opfern für deren Not. Vor dem Mut dieser Heldin, ihrer Liebe zum Recht, können wir uns nur schweigend verneigen. Tutsche hat uns auch unsere Schwäche gezeigt, doch wir werden wohl feige bleiben. Wir schreien, Ausländer raus! Doch habt ihr gesehen, Helden kommen aus allen Ländern. Diese Welt hat einen edlen Menschen verloren, voller Mut und Empathie. Liebe Tutsche, unsere Herzen haben verstanden. Auf bald! Wir vergessen dich nie! Und ich möchte gerne im Andenken an Tutsche bitten, dass wir heute unsere Schweigeminute für Tutsche machen. Und ich möchte gerne im Andenken an Tutsche machen. Und ich möchte gerne im Andenken an Tutsche. Und ich möchte gerne im Andenken an Tutsche machen. Und ich möchte gerne im Andenken an Tutsche machen. Und du bist es in dem Andenken an Tutsche? Und ich möchte gerne, ob inbox und mir gerne, wie ich viel von ganz oben al¥. Also ist es also der находится, woher sie es am Tag. Und du bist schon mal die Zeit. Und du bist ja schon mal. Und du bist. Und du bist. Vielen Dank.